Was ganz besonders tolles habe ich in meinem Garten entdeckt und es hat sogar eine ganze Zeit gedauert, bis ich das realisiert habe, was das hier ist. Diese wunderschönen weißen Blüten. Die meisten von euch wissen ja, dass ich Blachblüten-Therapeutin bin und hier wächst bei mir Wild, das Starr auf Bethlehem. Ja, das ist die Blüte, die wir eigentlich alle zu ziemlich brauchen. Die ist dafür da, um alle unsere traumatischen Erlebnisse zu heilen. Es ist überall hier. Wahnsinn. Das ist so ein Vorteil, dass ich nicht gemäht habe. Hier, hier hinten. Ja, das sehen ja immer gleich aus. Also bei ganz anderen Seite hier auch nochmal. Dazwischen. Wie gesagt, das ist der Vorteil, dass ich nicht gemäht habe. Hier, in ganz tollen Ausmaß. Zwischen dem Giersch. Wow. Ich merke das heute erst. Wahnsinn. Ich freue mich darüber. Ganz arg. Wunderbar. Ja. Ja. Ja.